Hallo und herzlich willkommen zum ersten Set-Spotlight von Magic the Gathering Foundations. Ich bin es euer Patrick, bei mir ist euer Matthias. Hallo, servus. Und wir werden in den nächsten sieben Folien euch die Karten der Grundsteine des Magic-Spielens für die nächsten fünf Jahre vorstellen. Jawohl. Wann ich nicht, dass ich es schön mache? Wunderbar. Aber es gibt, also für immer darf ich gleich weitreden, weil wir machen gleich Zahlen und Fakten. Foundations ist ja im Endeffekt ein Core-Set, was aber die nächsten fünf Jahre, also bis 2,29 hält. Das heißt, die ist von der normalen Rotation nicht betroffen. Hat alles zusammen, weil die Buy-Box-Prom hat diese Nummer, hat die Nummer 729. Das heißt, das Set hat scheinbar 729 Karten. Davon sind 291 Karten neu, also halt jetzt keine irgendwelche Special-Prints. Und von diesen 291 Karten sind 133 wirklich neue Karten. Und zwar haben sie das auch so gemacht, dass die ersten 133 von Weiß bis Land gehen und dann geht es weiter mit 134, wieder Weiß bis wieder Land. Aha, das heißt, okay, ein bisschen wie bei Jumpstart das ist. Oder halt auch bei den alten Commander oder bei den Commander-Sachen, wo es halt auch so ist, wo zuerst die neuen Sachen sind und dann die alten Sachen. Bei Jumpstart ist es ein gutes Thema, weil es gibt ja nicht nur, die Abkürzung ist FDN von dem, genau. Es gibt nicht nur das Foundations-Produkt, es gibt auch ein Jumpstart-Produkt diesmal, Foundations Jumpstart. Der Set-Code ist dafür J25 und das hat 780 Karten und davon sind 56 neu, auch komplett neu. Und bei denen haben sie das ganz wild gemacht, weil, das habe ich mir jetzt extra da aufgeschrieben, die neuen Karten fangen bei 1 an und gehen bis 29. Das sind die neuen Karten im Magic-Design. Dann gibt es von 30 bis 56 neue Karten im Anime-Design. Die gibt es dann auch nur im Anime-Design? Die gibt es auch nur im Anime-Design. Ah, okay. Dann gibt es von 57 bis 80 Reprints im Anime-Design. Dann kommen 15 Basics. Und dann kommt es von 96 bis 156 neue Magic-Design, also alte Magic-Karten im neuen Magic-Design. Also Reprints im neuen Magic-Design. Und dann ab 157 kommen einfach noch einmal Reprints im alten Design. Und es fängt immer mit Weiß von vorne an. Das heißt, es sind fünf Weißblöcke drin, sozusagen. Fünfmal das Color Wheel durchgehend. Okay. In dem Set. Ja, das ist meines Erachtens voll blödsinnig. Naja. Aber okay. Man muss gleich dazu sagen, dass dieses Jumpstart, heißt der Foundations Jumpstart, ist aber grundsätzlich von der Idee her nicht wie Phyrex-Orible-One-Jumpstart oder Brothers War Jumpstart, whatever, Set zugehörig. Eigentlich haben sie es als eigenes Set designt wie Jumpstart und Jumpstart 2022. Ja. Hätte das Jumpstart 2025 sein sollen. Sie haben es dann aber mit den Release mit Foundations gekoppelt und deswegen ist es auch mit Foundations gebrandet. Es ist aber eigentlich eher ein eigenständiges Design. Genau. Und das merkt man auch an der Legalität, weil, sage ich jetzt noch ganz zu, in Foundations gibt es auch wieder Special Guest-Karten und die Special Guest-Karten plus die ganzen Jumpstart-Karten sind eternal legal. Das heißt, es ist nicht standardlegal. Es sind Commander, Legacy, Vintage legal und Reprints sind halt dort legal, wo sie legal sind. Also wie halt ein Jumpstart-Produkt ist. Das heißt, es ist nicht standardlegal. Was natürlich ein bisschen doof ist, finde ich, wenn du es jetzt Foundations-Brandest als das Standard-Set, das die Einsteigung ermöglichen soll und da hast du ein Produkt drin, was halt nicht standardlegal ist. Vor allem gibt es auch Spezialprodukte, besprichst du die auch noch? Ja, ja. Also ich besprich ein Standard-Spezialprodukt. Es gibt nämlich diese Starter, es gibt zwei Starter, es gibt die Beginner-Box, die Starter-Collection und bei der Starter-Collection, also in der Beginner-Box sind Jumpstart-Booster. Genau, was keinen Sinn macht, weil damit kannst du es in Standard nicht spielen. Genau, damit kannst du nicht beginnen sozusagen, weil du kannst das Spiel lernen, aber das war es auch schon wieder. Genau, du kannst nicht in Standard einsteigen damit. Und dann gibt es die Starter-Collection, das ist praktisch schon eine Collection mit 350 Karten oder so und auch zwei Boostern und darin gibt es einerseits FDN-Karten, aber es gibt auch Foundations-Commander-Karten darin und das sind im Endeffekt Reprints von Commander-Staples. Es ist noch nicht klar, wie viele das sind. Bis jetzt sind drei oder vier gespoilt, das ist eben Solrain, Command Tower und so. Okay, Insignate. Okay, Insignate. Und das ist eben dafür gedacht, damit du, wenn du in Commander einsteigen möchtest, auch damit schon einen guten Einstieg hast, wobei natürlich diese FDC-Karten, diese Commander-Karten auch eternal-legal sind, also nicht standardlegal sind. Und ganz großartig, es gibt hier keine Commander-Tags. Genau. Warum auch immer halt, ja. Ja, weil... Also ich finde es ein bisschen, sie waren das auch in dieser Präsentation, da waren sie ein bisschen schwammig in der Argumentation halt, ja. Ich meine, ich finde es insofern gut, wenn es mal keine Commander-Tags gibt, weil es gibt eh zu viele. Total, aber wenn sie Entry-Point halt Commander immer wieder bezeichnen und dann gibt es bei dem Set, das sie als Grundstein und als Einstiegsmöglichkeit sehen, keine Commander-Tags. Ja. Ja. Okay. Fragwürdig. Ja, ich meine, ich finde es okay, weil es eben genug Commander gibt und ich finde, dass sie den Fokus primär auf Standard gelegt haben oder versuchen zu legen, finde ich ja gut. Aber dann die Beginner-Box wieder nicht Standard gelegt. Genau, die Beginner-Box ist nicht Standard egal, das Starter-Set bildet ja auch einen Einstieg in Commander. Das ist halt dieser unnötige Spagat meines Erachtens. Das Produkt hätte einfach fokussiert sein sollen. Aber okay. Dann gehen wir gleich zu den Special Artworks, die es gibt. Es gibt, das machen wir gleich auch weg, es gibt wieder zehn Full Art Basics, die nennen sich Charakter-Lines. Da gibt es... Aha, da rennt immer einer um einen Anteil oder was. Ah ja, da siehst du schon da, Chani. Da gibt es fünf Stück mit Planeswalkern drauf und fünf Stück mit Leuten drauf, mit Random People. Okay, schauen wir mal, ob ich alle erkennt. Da ist ein Chani. Genau. Das da unten ist sicher Sigada, oder? Nein, das sind Random People. Es ist immer Planeswalker, Random People. Aber hat der da hinten nicht so flügelt und so? Ja, ja, aber es könnte ein Englisch sein. Aber es ist halt ein normaler Magic-Bewohner, aber kein Planeswalker. Aber das ist fix nicht Random People. Sorry, Patik, muss ich dir widersprechen. Weil hier oben ist die, wie heißt sie, mit Z Simone. Ja. Genau, und das da unten ist dieser Ninja. Der Ninja-Dude. Du meinst, das ist Kaito? Ja, ganz sicher. Ja, das sehe ich auch so, aber auf ihrer Homepage schreiben sie das oben. Sind die Planeswalker, das sind Random People. Ich weiß nicht, da oben ist Lili und das unten ist Tiny Bones. Das ist Lili und das unten ist Tiny Bones. Genau, da ist Chandra und da unten ist der neue Dude. Wie heißt der? Kellen? Ja, genau, der. Kellen nicht. Wer ist da? Bitte, sichern nicht. Wo ist da wer? Wer sitzt da oben? Ah, Off? Na, keine Ahnung, wo ist das? Ah, wie soll das da oben sein? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber da unten ist auf jeden Fall Vivian. Dass da oben ist Vivian, ja okay. Ich wollte nichts dazu sagen, wahrscheinlich ist Vivian. Ja, weil die ist ja auch im Set drin. Okay, das da oben erkenne ich nicht. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich auch nicht. Ja, also die gibt es. Ich finde sie ganz hübsch. Ich finde, also besonders, ich tue es jetzt alle herausheben durch das blaue Land mit Kaito. Das gefällt mir sehr gut. Einfach von den Farben finde ich das urschön. Finde ich von den Farben auch schön. Sonst ist es ein bisschen over. Ja, es ist halt Neon-Dionist-Insel und damit halt schwer eine Insel. Und den Sumpf von der Lily finde ich geil. Ja. Mir gefällt sehr gut die Ebene mit der Gianni. Die ist auch, die gibt sehr viel Ruhe. Die gefällt mir sehr gut. Und der Mountain gefällt mir auch sehr gut mit dem Kelow. Verstehe ich ja, der ist auch sehr gut. Die Sonne von hinten. Ja, mit dem Lens-Flair. Genau. Ja, also die gibt es wieder, sind in Play- und Collector-Boostern drin, sind je eins in der Starter-Collection. Also da hat man dann alle zehn sozusagen. Und ja, gibt es auch natürlich immer in Foil und Non-Foil, auch in beiden. Also im Collector sind es halt immer in Foil und im normalen Booster sind sie halt sowohl als auch. Dann gibt es wieder Borderless-Karten. Die gibt es auch in Play- und Collector-Boostern. Da gibt es wieder die fünf Planeswalker, sind Fixed-Borderless-Karten. Und noch einige weitere, da haben sie nicht gesagt, wie viele in dem Artikel. Und dann gibt es jede Rare und Mythic Rare, weil es gibt auch Borderless-Commons-Ankommens. Gibt es auch in einem Mana-Foil. Das habe ich extra für Matthias mitgebracht, damit ich es euch jetzt anschauen kann. Euch werde ich jetzt... Das kann ich beim Collector-Boost-Rippen sofort rausgezogen. Euch werde ich es jetzt einblenden. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz cool. Ja, man spürt es an der Karte selber, in der Inner-Sleeve spürt man es nicht mehr wirklich. Ja, wenn man weiß, geht es schon. Ja, ich meine, es ist eine Perfect-Sense. Wenn es Doppel-Sense ist, sicher nicht mehr. Es schaut irgendwie witzig aus, was mich urgetriggert hat. Und das kann ich jetzt vorweg spoilern. Das Mana ist keine... Es ist random. Es ist nicht im Mana-Wheel. Das Pattern, was auch nicht... Ja, das Pattern ist nicht im Color-Wheel. Das hat mich urgetriggert. Das habe ich beim Collector-Booster-Fetzen gecheckt und war not amused. Inwiefern ist es nicht im Color-Wheel, Patrick? Also wo es anfängt, aber grundsätzlich ist es weiß, blau, schwarz, rot, grün. Blau, schwarz, rot, grün. Du siehst die Geraden. Blau, schwarz, rot, grün. Ich habe die Diagonalen mir angeschaut. In der Diagonalen ist es das nicht. In der Diagonalen ist es nicht, du hast recht. Aber die Gerade ist im Color-Wheel. Ich habe immer die Diagonalen angeschaut und war vollgetriggert. Bitte. Schön, dass ich dich beruhigen kann. Also, wenn später dieses Collector-Booster-Unboxing von mir rauskommt, wo ich das aufgemacht habe, da war ich vollgetriggert. So. Dann haben wir die Special Guests, gibt es natürlich wieder. Die sind im Play-Booster, Non-Foil, im Collector-Booster und Foil. Und die haben, es gibt wieder zehn Stück, und die haben diesmal ein eigenes Showcase-Treatment. Und dadurch, dass es halt ein Core-Set ist, ein Showcase-Treatment, passend zu dem Set, aus dem sie kommen. Also zehn verschiedene Showcase-Treatments. Kein einheitliches Bild diesmal. Ja, finde ich okay. Dann gibt es Japanese-Showcase, wie bei Duskmore gab es ja auch Japanese-Showcase-Karten. Da gibt es wieder zehn Stück diesmal. Die gibt es nur in den Collector-Boostern. Da gibt es zwei Drittel davon im Collector-Booster sind in Englisch, ein Drittel davon ist in Japanisch, unabhängig von der Sprache, die du aufmachst. Außer in den japanischen, da hast du nur japanische. Und die gibt es auch wieder in Fracture-Foil, in dem Konfetti-Foil. Der weiße Rand ist ganz furchtbar für mich. Das ist leider keine schöne Karte. Ja. Wenn das im schwarzen Rand wäre... Aber dann erkennen wir das Fracture nicht mehr schwarz. Das ist unten am Rand, da merkst du halt auch nicht, dass das Fracture ist, wo es unten ist. Nein, nein. Unter am Artwork, ich meine, das muss ich erreichen. Kein Fan vom weißen Rand, leider. Okay. Dann, wie ich es eh schon bei den Jumpstart-Sachen gehabt habe, es gibt Anime-Cards, die gibt es aber nur in den Jumpstart-Boostern. Aber, und ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, in der Beginner-Box nicht. Da haben sie ein normales Artwork oder was? Da gibt es scheinbar in den Jumpstart-Boostern keine Anime-Cards. Keine Ahnung, wie das geht. Das sind scheinbar Special-Jumpstart-Booster, die nicht Anime-Cards drin haben können. I don't know why, I don't know how, aber es ist schon im Artikel gestanden. Es gibt 51 davon und 27 sind im neuen Magic-Card, was ich eh schon vorhin erwähnt habe. Dann haben wir, und es sind nur Legendary-Greaches scheinbar. Das hast du noch nicht erwähnt. Habe ich noch nicht erwähnt. Und dann... Die Leute mit Quamma anfangen. Genau. Ganz klar. Dann haben wir die Mechaniken. Es gibt natürlich nur bekannte Mechaniken. Die Primär-Mechaniken, die sind Flashback, Threshold, Browers und Raid. Also Rückblende, Grenzwert, Bravour und Überfall. Vielleicht der Einzige, den man nicht so oft kennt, ist Überfall. Das ist, wenn du angegriffen hast in dem Zug und dann kommt die Karte ins Spiel, dann passiert was. Und was ich gesehen habe, es gibt sehr viele Karten mit Morbid eigentlich. Und das haben sie nicht erwähnt. Also wenn man das gestorben ist, dann triggert das auch besonders. Was ich im News-Video schon gemacht habe, aber falls ihr es nicht gehört habt, hier noch einmal. Mit Foundation ändert sich eine Regel. Nämlich die Schadenszuteilung ist jetzt anders bei Doppelblock. Und auch theoretisch bei Doppelangriff. Aber das ist ein sehr spezielles Thema. Bei Doppelblock ist, wenn ich dich angreife mit einem 5,5er und du blockst mit zwei Dreiern, habe ich früher sagen müssen, 3,3er A ist Blocker 1, 3er B ist Blocker 2. Und das muss ich jetzt nicht mehr sagen, weil du konntest ja damals darauf reagieren mit A. Den A-Blocker mache ich jetzt zu einer 6,6er. Ha, 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 nichts passiert, deine ist tot, alles gut. Das geht jetzt nicht mehr. Ich sage, du blockst, ich sage, okay. Okay, dann hast du eine Möglichkeit, eine dieser zwei Kreaturen noch irgendwie zu pumpen, aber ich kann den kompletten Damage dann auf die andere Kreatur geben und es ist wurscht gewesen. Kann ich den Schaden jetzt überhaupt komplett zuttern, wie ich will? Genau, du kannst auch machen, ich kann auch, wenn ich das mache mit meiner 5,5er, kann ich dem einen 3 Schaden machen, dem anderen 2 Schaden machen. Ich kann auch theoretisch, wenn ich eine 4,4er hätte, beiden 2 Schaden machen. Und dann Hurli-Burli. Und dann, genau, oder halt minus 2, minus 2 für alle Kreaturen machen. Also ich kann auch danach einen Vollab-Spell machen, der dann all den Kreaturen gilt. Okay, das heißt, ich kann es frei zuerst. Genau, Damage-Assignment ist absolut frei und passiert im Damage-Step selber. Also das muss im Vorfeld nicht gesagt werden. Das weißt du auch nicht, bis es halt passiert ist. Soll dem Angreifer mehr Macht geben, weil sie gemeint haben, Verteidigen ist besseres Angreifen. Was ich nicht zu unterschreiben würde, weil in Limited-Formaten, was in den letzten, einigen der letzten Sets, was Blocken oft eine Katastrophe, weil es halt so gute Kombitricks gegeben hat und du meistens ja ausgetappt bist dann als Blocker. Aber, ja. Gut, es macht Kombitricks für den Verteidiger Infinite viel schlechter. Genau, es macht Kombitricks für den Verteidiger viel schlechter. Es macht Kombitricks für den Angreifer noch besser und Blocken noch unattraktiver. Ja, das stimmt. Ja, es macht die Formate schneller wahrscheinlich. Ja, bin ich nicht so der große Fan, aber ja, schauen wir mal, wie sich das spielt. Genau. Ja, das war es total. Ich habe Ihnen Damage-on-Stack-Remover noch nicht verziehen. Ja, das habe ich im News-Video auch gesagt. Das finde ich viel schlimmer hinweg, dass Damage-on-Stack weg ist. So. It's been 10 years. Ja, es war Magic 2010, das sind jetzt eigentlich 14 years. Um Gottes Willen. Gut, damit sind wir fertig mit Zahlen und Fakten und fangen heute an mit der einen Call-Aless-Karte und dann allen meisten Karten. Wir machen wieder alle Rears und Mythics und ein paar Kommens an Kommens. Ich muss dazu sagen, ich war im Auswahlprozess nicht involviert. Nein. Ich distanziere mich gleich von allen guten, fehlenden Karten. Also vom Fehlen aller guten Karten. Karte Nummer 1 hat auch die Sammler Nummer 1 in diesem Set. Es ist der Urheber der sieben Tode. Und da muss man gleich sagen, gefällt mir designtechnisch sehr gut. Denn sieben Mana für einen 7-7 Eldrasi, der auch noch sieben Abilities hat. Nämlich hat er Erstschlag, Wachsamkeit. Bedrohlich. Er verursacht Trampelschaden. Hat Reichweite und Lebensverknüpfung. Und Abwehr, sieben Lebenspunkte bezahlen. Ich finde den cool. Ja. Gefällt mir auch. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Mir gefällt nicht, ich weiß schon, dass Sie das so ein bisschen aus hihi-ästhetischen Gründen gemacht haben, dieses zwei Abilities, zwei Abilities, zwei Abilities, eine Ability. Mir gefällt das nicht, weil im Magic sind Ability-Keywörter hintereinander eigentlich. Ja, verstehe ich. Ich weiß, dass das dann ein bisschen eine Wurst gewesen wäre. Vermutlich für neue Spieler erhöht. Ihr lernt dann, wie bei Questing, wie es jedes Mal seine neue Ability hat. Aber mich spricht das nicht so an. Echt, ich finde gerade von der Ästhetik so viel angenehmer und hübscher, als wenn das eine Wurst ist. Na, da bin ich Oldschool. Ich hätte lieber die Wurst gehabt. Du magst eine Wurst, gibst du. Ja, das ist richtig. Grundsätzlich eine sehr coole Karte und ich finde es auch arg, dass sie quasi einen Drazi in so ein Core-Set gepackt hat. Ja, und ich finde es vor allem eine gute Pay-Off-Karte, um reinzurampen, weil du sie halt, sogar wenn er sie killt, sieben Lebenspunkte zahlen musst. Außer du hast halt nur eine und dann einen Sack-Effekt. Dann ist er ein bisschen Sad oder ein Massing-Move. Aber ja, es gibt halt die Corner-Cases, wo er halt noch immer schlecht ist, aber sonst macht er halt schon sehr, sehr viel. Ja, das stimmt. Und sieben Mana kann man auch relativ schnell haben. Das ist richtig. Wenn man jetzt so an Overlord, grünen Overlord denkt und so und man rampt sich ja auf Vertragsverein und so. Ja, und den kannst du halt vor allem, da musst du halt nicht Fourth-Color sein. Ja, den finde ich eben cool. Ja. So, dann kommen wir zur ersten weißen Karte. Es ist nämlich Arabo, der erste Fangzahn. Für zwei Farblösungen und Weißes bekommt man ein 2-2-legendäre Kreatur-Katze-Avatar. Mit anderen Katzen, die du kontrollierst, erhalten Plus 1, Plus 1. Und immer wenn Arabo oder eine andere Nicht-Spielstein-Katze unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erzeuge einen 1-1-Weißen-Katzen-Kreatur-Spielstein. Den finde ich ja sehr gut. Ein Katzenlord, der Katzen macht. Ja, ein Katzenlord, der für drei Mana gleich mal vier Power mitbringt, nämlich sich selbst und den anderen Token, die auch gleich 2-2 ist. Ja, genau. Und dann, ja, pumpt er alle anderen Katzen und sie bringen noch einen 2-2-er quasi mit. Genau. Und den finde ich ja sehr gut. Ja. Ich meine offensichtlich hier auch wieder für Commander-Designed. Ich muss halt einfach so sagen, wie es ist. Ja. Als Katzen-Kommander, da brauchen wir nicht um ein Dummreden. Arabo, den gab es schon mal, oder? Ja, er sagt noch was. Ich glaube, der war aber grün-weiß, oder? Glaube ich auch. Ja. War der nicht aus C-17? Boah. Face-Kommander? Du meinst, du warst ein Eminenz-Kommander, oder was? Ja. Das kann sein, ja. Möglicherweise. Das kann sein. Möglicherweise auch sein. Aber ja, auf jeden Fall finde ich den auch sehr, sehr solide, ja. Überhaupt sind Katzen, ist Katzen ein Thema. Es gibt ein paar Themen in dem Dings und bei Weiß ist es... Hunde gibt es nicht. Bei Weiß sind das Katzen. Ja. Und bei Blau sind das, das werden wir bei der nächsten Folge sehen. Ha! Wir haben den himmlischen Harnisch. Jawohl. Für ebenfalls zwei farblosen und ein Weißes. Ja. Eine Artefaktausrüstung mit Aufblitzern. Wenn diese Ausrüstung ins Spiel kommt, lege sie an eine Kreatur deiner Wahl an, die du kontrollierst. Jene Kreatur erhält fluchsicher und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Das heißt, es ist schon einmal ein netter Counterspell für ein Remover, sage ich einmal. Ja. Und die ausgerüstete Kreatur erhält plus zwei, plus null und hat Flugfähigkeit. Ja. Und du kannst sie auch ausrüsten für drei farblosen und ein Weißes, was ich dann schon relativ teuer finde. Ja. Aber sie legt sich ja selber gleich einmal an. Das ist schon ein sehr guter Effekt, weil du es quasi entweder benutzen kannst eben um ein Counterspell für ein Remover, sage ich einmal. Mhm. Weil er fluchsicher hält und Unzerstörbarkeit. Du kannst aber eben mit der Unzerstörbarkeit auch Maßremover umgehen, was sehr gut ist. Und plus zwei, plus null und Flugfähigkeit ist natürlich auch, wenn du sagst, okay passt, im Combat auf einmal. Ja. Überraschend. Meiner hat auf einmal Flugfähigkeit, ist stärker und unzerstörbar, blocke ich halt deinen Tod einfach. Genau. Es ist als Block gut, aber es ist auch im Angriff gut, weil wenn er halt blockt, kannst du ihn auch immer Unzerstörbar geben, plus zwei, plus null. Dann killt er wahrscheinlich den Blocker und hat es überlebt. Und ansonsten ist halt einfach noch ein, zwei plus zwei plus null ist halt auch nicht schlecht und Flugfähigkeit oder Invasion. Drei Mann ist trotzdem ein bisschen viel, muss ich sagen. Ja, für zwei wäre es Zorga. Für zwei wäre es Zorga, natürlich. Und das Artwork finde ich sehr cool. Ja. Das Artwork gefällt mir mega gut. Gefällt mir auch ganz gut, wobei ich weiß, das hat auch so ein Special Artwork und das Special Artwork gefällt mir noch viel besser. Okay. Ich will ja keine extra Arbeit machen, Patrick, aber vielleicht kannst du es einblenden. Schau mal. Grüße gehen raus und Future, Patrick. Danke für gar nichts. So, dann. Ach, die Karte ist mir gleich von mehreren Leuten geschickt worden. Wirklich? Dir? Das ist ja auch für Patrick Karte, oder? Da steht Artefakt irgendwo im Text, Patrick. Ach so. Deswegen. Okay. Also, es ist die Kristallbarrikade. Die kostet zwei Mana, nämlich ein farblöses und weißes. Die ist eine 04 Artefakt Kreaturmauer. Ja, aber es ist eine Mauer, also fangst du mal an. Bestimmt. Verteidiger? Ja. Du hast Fluchtsicherheit. Sehr gut. Finde ich viel gut. Und verhindere allen Nichtkampfschaden der anderen Kreaturen, die du kontrollierst, zugefügt wurde. Okay, das ist wieder nicht so relevant, weil ich habe keine anderen Kreaturen. Ja, das habe ich auch gesagt. Wir haben das alle geschickt und haben gesagt, so, boah, Witch, bin auch, bin günstiger. Und ich so, jein, ist halt eine Kreatur, was es anfällig macht. Ja. Ist aber für eine Kreatur, die blocken kann. Ja. Was wieder nicht so schlecht ist. Der zweite Effekt ist schon, kann schon auch interessant sein. Je nachdem, wie dein Kontrolldeck ausschaut. Also zum Beispiel, wenn du jetzt mit, in Standard mit diesem Caretaker Stellern und so, viele Token machst und du bist aber auch das Kontrolldeck, dass du dann irgendwie Pyroglysm oder so irgendwas hast. Mhm. Und dein Pyroglysm killt auf einmal deine kleinen Token nicht. Kann durchaus auch relevant sein, die zweite Fähigkeit. Stimmt, das habe ich gar nicht gedacht, ja. Dass du das auch selber abusen kannst, ja. Gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ja, auch in Commander, wenn du sagst, du hast die Ligen und der Gegner macht halt so, bloß Famer sagt, okay, ist halt deine Kristallbarrikade kaputt halt, ja. Ja. Aber ansonsten überlebt halt der Rest, ja. Ja, ich finde die Karte... Insgesamt für zwei Mana schon viel Wettel. Ja, ja. Und einfach so ein guter Bloodblock, ja. 0-4. Genau. Komm mal vorbei. Oh, was haben wir hier? Ja. Ah, ja. Verstehe. Ja, ja. Die Karte kenne ich. Ja, bitte. Göttliche Zähigkeit kostet... Ja, das sagt schon was. Kostet ein weißes Mana ist ein Spontanzauber. Du kannst Bonus bezahlen für zwei Fabulous und ein Weißes, also Kicker, für die Leute unter uns, die Bonus nicht gleich im Kopf haben. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Klassischer, klassischer auch Kombitrick. Falls die Bonuskosten dieses Zauberspruchs bezahlt wurden, erhält stattdessen eine beliebige Anzahl Kreaturen deiner Wahl, die du kontrollierst, Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Das ist halt schon Sieg. Das ist dann schon sehr gut, ja. Ja, vor allem, es ist eine klassische Side-Part-Karte, die man aber wahrscheinlich sogar ein-, zweimal Main decken kann, weil es halt für einen Mana noch immer ganz gut im Combat einfach ist und halt... Oder halt das gegen den Schramuvel wieder countert, der Klassiker. Genau. Und aber halt gegen das Kontrolldeck einfach für vier Mana der Blowout ist, wenn er jetzt denkt, okay, ich nehme jetzt nochmal einmal den Schaden und dann raffe ich und du so, ja, bitte, raffe halt. Bei mir bleibt alles liegen und jetzt hau ich dich tot. Also es ist halt urorg. Ja, das finde ich schon eine sehr gute Karte. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nur ist Kreaturen, die du kontrollierst, weil ansonsten wäre diese Karte auch für Commander deutlich interessanter. Weil? Ja, stelle vor, da ist der eine Spielzeit das Maserwufel und du so, okay, von wem beschütze ich jetzt welche Kreatur? Ja, das wäre schon cool. Urreinig, oder? Ja, das wäre schon geil. Du bist der harte Politiker, oder was? Ja, was das angeht, genau. Nein, das finde ich schon okay so. Vorbild des Lichts, ui, dass ich wieder eine Karte, die Christa verkaufen muss, weil das ist ein Engel. Ja, ja, hat er schon gekauft. Ah, okay. Zwei farblose, zwei weiße. Vier Mana für eine 3-3-Kreatur-Engel. Mhm. Fliegend. Mhm. Immer wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, lege eine Plus-1-Plus-1-Mark auf diese Kreatur. Jawohl. Und immer wenn du eine oder mehrere Plus-1-Plus-1-Marken auf diese Kreatur legst, ziehe eine Karte. Aber diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Ja. Aber trotzdem sehr gut. Sehr gut für so Live-Gain-Decks. Ja. Live-Gain ist auch ein Thema in Vice, in Foundations. Gibt es ein paar Karten, die da frei. Auch Engel ist ein bisschen ein Thema. Es gibt auch bei Engel, also so ist es nicht. Aber ja, finde ich auch so. Vier Mana 3-3 ist okay. Flying ist nichts Tolles, aber ist okay. Und wenn du das Live-Gain-Deck bringst, dann kommt dein Spiel und ist ja schon Leben. Das heißt, dann ist ja schon 4-4 und sie ist eine Karte. Ja. Grundsätzlich würde ich sagen, vier Mana für eine 3-3-Hertz ist eine Spur zu schlecht. Vor allem, weil du es halt einfach mit diesem klassischen Schieß-3-Schaden töten kannst. Ja. Ich verstehe aber, dass sie dem Spieler oder dem Gegner von dieser Kreatur quasi das Window geben wollen und zu sagen, okay, passt. Der Gegner legt sie. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, sie abzuschießen. Weil nachher, nächste Runde, wird er vermutlich Leben bekommen und dann ist sie zu groß. Ja, oder du bekommst sofort Leben. Beziehungsweise kommst du gleich, weil irgendein Soll worden oder sonst was am Feld liegt. Genau. Dann spielst du sie aus, triggert, ist eine 4-4 und du ziehst eine Karte, wenn der Gegner es am Hof nicht nicht hat. Das finde ich dann schon, also das ist ihm fürs Live-Gain-Deck schon sehr gut. Ja. Gefällt mir. Me too. Vor allem, wenn du mehrere davon hast, triggert dir die erste Ability dann trotzdem. Weil das sind ja separate Instances von Live-Gain. Das heißt, das Plus-Eins-Plus-Eins triggert für jeden Einzelteil. Genau. Es ist unabhängig davon, wie viel Leben du auf einmal bekommst, aber für jeden Instance von Leben bekommen kriegst du die Marke. Genau. Und wenn du, das heißt, zwei von den Viechern hast, dann kommt es halt gleich als 5-5 mit 10 Karten. Aber es ist halt noch nicht nur eine Karte. Aber es ist okay trotzdem. Kann man leben damit. Ja, das stimmt. Leben. Aha, den habe ich nicht einmal da. Ja. Der edle Mümler. Ein farbloses, ein weißes. Ja. 2-2-Kreatur-Kaninchen-Adeliger. Herr Mümler. Der Herr Mümler. Sir Mümler. Sir Mümler. Wenn diese Kreatur ins Spiel kommt, erzeuge so viele 1-1-weiße-Kaninchen-Kreaturen-Spielsteine, wie du andere Kreaturen namens Edler Mümler kontrollierst. Oh, aha. Ein Decker eine beliebige Anzahl an Karten namens Edler Mümler enthalten. Genau. Wir haben wieder eine Massenkarte. Gar nicht einfach da gehabt. Ja. Wir haben wieder eine neue Massenkarte, die halt wirklich in die Breite geht. Steht die in deinen Post drinnen von Karten, die man mehr als viermal bestellen kann von so einem Umweltspartner. Natürlich. Was glaubst du? Was hältst du von mir? Finde ich sehr witzig, diese Karte. Ja. Finde ich auch. Ich finde die auch nicht schlecht, weil wir kommen viel später im Multikale-Artefakt-Teil zu Karten. So ein Code of Arms. Genau. Die da auch sehr gut sind damit. Ja. Und ich glaube, das kann man sogar echt schnell spielen. Das ist witzig. Weil du einfach kannst auch mit, wenn du weißt, ein Weiß-Farming-Song. Man muss ja auch sagen, man kann Weiß-Grün sein. Es gibt ja schon Häschen. Du hast ja schon die anderen Viecher, die fangen. Fett werden. Also du kannst, wenn du den spielst, auch mit dem anderen Trampler, dann musst du ja nicht nur jetzt 40 von dem spielen. Du brauchst nicht nur edle Mümmler. Du spielst halt 10 edle Mümmler und sonst was kann ich entdecken. Und du gehst halt noch mehr in die Breite. Finde ich ganz cool. Die haben es relativ früh auch gespoilt. Ja. Die Heroldin des ewigen Morgens. Die gibt es auch in diesem lustigen. Ja, die gibt es auch im Asia-Artwork. Ja. Ja. Japan-Showcase. Entschuldigung. Kostet 4 Mana und 3 Weiße, 7 insgesamt, für eine 6-6-Kreatur-Engel. Aufblitzern. Fliegend. Du kannst die Partie nicht verlieren und deine Gegner können die Partie nicht gewinnen. Nope. Ja. Das ist Platinum Angel in white with flash und bigger. Ja. Und kein Artefakt mehr. Ja. Ja. Es ist eine gute Karte. Es ist eine gute Karte. Sie wird manche Spiele gewinnen, weil die Leute kein Removal haben. Genau. Du musst halt auf 7 Mana kommen. Sie wird manche Partie nicht verlieren lassen. Ja, genau. Du musst halt auf 7 Mana kommen und du brauchst, musst halt hart genug in Weiß sein, aber ja. Ja, genau. Es ist halt der Weiße Platinum Angel. Genau. Und der ist gespielt worden. Ja. Das wird auch gespielt werden. Ja. Und wenn er nur aus dem Sideboard kommt gegen manche Decks, wo du weißt, dass sie halt kein Spot Removal haben, was einen 6.6er killt. Ja. Also gerade für Control Decks finde ich die nicht schlecht. Ja. Wenn du sagst, du baust dir halt rein mit dem guten alten Hihi, habe ich sie, habe ich sie nicht, muss in einem Removal drinnen lassen, sondern nicht, wenn du halt mit dem Ende keine Kreaturen hast. Ja. Gefällt mir sehr gut. Ja. Ich bin ein großer... Und sonst noch ein 6.6er Klos, die das geben ja eigentlich flott. Ja, genau. Das ist eine Karte für dich. Erhöhung der Vergangenheit, die habe ich auch schon gesehen. Zwei farblose, zwei weiße, eine Hexerei. Mhm. Bringe alle Kreaturenkarten mit Mana-Betrag zwei oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Ja. Ja, da kann man seine Combo-Sachen wieder zurückbringen. Ich finde es so schön, dass sie Amalia gebannt hat mit dem Pioneer, weil sonst wäre das... Ja, okay. Weil das bringt halt die ganze Combo plus alle Utility-Kreaturen gleichzeitig für vier Mana zurück. Ich meine, was geht denn da ab? Ja, ist eine nette Karte. Die Frage ist, ob es gut genug für Modern ist, dass du damit halt einfach Turn 4 killen kannst jetzt. Immer konstant. Also bury the life into das oder was? Ja, zum Beispiel. Muss ja reichen. Ich meine, Turn 4 ist für Modern oftmals noch früh genug. Modern ist so ein Turn 4-Format. Ich meine, es gibt auch längere Games, aber die schnellsten Games killen so Turn 4, dann killst du halt auch Turn 4. Ja. Why not? Ja. Ja. Eine solide Karte. Ja. Das Artwork ist irgendwie witzig. Ja, das gibt es auch in den Showcase, was auch ganz cool ist. Ah, okay. Aha, das ist auch ein witziges Artwork. Der Himmelsritzer Knappe für ein farbloses, ein weißes. Eine 1-1-Kreatur Katzespäher. Miau. Immer wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine 1-1-1-Mark auf diese Kreatur und solange 3 oder mehr 1-1-1-Mark auf dieser Kreatur liegen, hat sie Flugfähigkeit und ist zusätzlich zu einem anderen Typen ein Ritter. Jawohl. Okay. Das heißt, wird einfach fetter. Genau. Das ist ein bisschen wie, wie heißt dieser Typ für Humans? Champion of the... Ja, danke, genau. Und der kostet zwei Mana. Perished, das ist für Zombies, aber es gibt ja den Champion of the... Champion of the Perished und Champion of the Perished. Ah, genau, Perished, das ist der andere, ja. Ja, das einzige Problem ist, dass es eine Katzenspäher ist. Wenn es ein Kaninchenspäher wäre, wäre es natürlich super mit Hobbit. Ja. Wenn wir das mit Hobbit spielen, hätte es dann 4-4-Flieger, Live-Linker. Ja. Oder? Nicht Live-Linker, nur 4-4-Flieger. Ja, aber wäre auch immer okay. Ja. Ja. Warum fliegst du deswegen eine Katze? Ja, wahrscheinlich. Und wie viele fliegende Kaninchen hast du gesehen, Patrick? Wie viele fliegende Katzen hast du gesehen? That's the joke. Okay. Nächste Katze. Wenn es eine Katze schmeißt, überlebt es wahrscheinlich eher als ein Kaninchen. Möglich. Kurz fliegt, landet gut, fertig. So, apropos überleben, wenn es ja nicht überlebt. Ein Sonnengeweihter Heiler kostet ein farbloses und ein weißes. Das ist eine 3-1 menschgärige Kreatur, hat Bonus an farbloses und weißes, kostet dann quasi doppelt so viel, Lebensverknüpfung und wenn diese Kreatur ins Spiel kommt und falls ihre Bonuskosten bezahlt wurden, bringe eine Nicht-Land-Permanent-Karte deiner Wahl mit Mana-Betrag 2 oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Underworld Bridge. Genau. Entschuldige, was? Ja. Also ich finde... Nein, natürlich die geworfene Katzenspeer, die sie... Himmelsritter knappe. Genau. Ich finde die Karte ist nicht angekommen, ich finde die jetzt nicht super mega, aber es ist halt immer okay. Das 2-Mana-3-1, der aggressiven Deck ist gut und das 4-Mana-3-1, die halt dann, wenn ein paar mal etwas vorgestorben ist, wieder zurück holt, ist halt auch noch immer sehr gut. Und Lifeling. Ja, und Lifeling, genau. Nicht zu vernachlässigen. Ja. Das ist einfach eine solide Karte. Genau. Early gut. Stats gut. Ja. Mit Tuletke mit dem Returner gut. Ja. Gefällt mir. Eben. So da, die letzte Karte für heute. Und zwar, we go out with a bang. Ruf der Valkyre. Für 3 farblose und 2 weiße. Für 5 bekommt man eine Mythic Rare Verzauberung. Immer wenn eine Nicht-Engel-Kreatur, die kein Spielstein ist. Schon mal 2 Einschränkungen. Ja, das sind schon wenige Sachen. Wenn man der Christoph ist. und die du kontrollierst, stirbt, bringe sie mit einer Plus-Eins-Plus-Eins-Market unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Sie hat Flugfähigkeit und ist zusätzlich zu einem anderen Typen ein Engel. Nice. Okay. Willkommenwürdige. Genau. Also im Endeffekt, es ist halt schon eine... Was für ein Deck will das spielen? Ein Commander-Deck. Okay. Ein Deck, was... Ein Combo-Deck. Ein Combo-Deck? Ja. Damit du das Opfer kannst du nochmal klickst. Ja. Ja, dann entfernst du irgendwie die Marken. Ja, aber es ist jetzt so sicher ein Engel. Das ist wurscht. Die Marken kannst du nicht entfernen. Das bleibt halt. Das ist ja gewordert auf der Karte. Das bringt nichts. Aber es ist halt... Nein, dann musst du irgendwie eine Kreatur-Type remufen. Ich glaube nicht, dass das geht. Wir sind magic. Alles geht, Patrick. Okay. Das geht sich irgendwie. Und dann gewinnst du schon wieder mit Walking Ballista. Was? Kommt mit einer Marke, pingst, stirbt. Musst nur irgendwie den Kreatur-Type remufen. Das ist die Kontrolle. Das ist all. I can't have Creature-Types. Irgend so ein Blätter. Irgendwie kann man alle Kreatur-Typen remufen und dann gewinnt das mit Walking Ballista. Okay. Ansonsten glaube ich, ist es einfach, wenn du halt so einen Bord hast, kannst du es hinlegen und dann bist du halt rough protected und wenn etwas passiert, kommt es wieder und ist auch gut. Kann es ein Top-End sein, dass du halt noch auszockst und den Rest dann auf der Hand behaltest. Wenn du halt nicht Walking Ballista kombost. Ja. Ganz nett die Karte. Ja. Jetzt. Artwerk ist hübscher als Inhalt, finde ich. Ja, finde ich auch nur Medium. Ja. Gibt es das auch in so einem Spezialding vermutlich? Ja, natürlich. Es ist alle Reals und Mythics, die gibt es sogar in Stempel voll. Verstehe. Ja. Na wunderbar. Gut. Dann war es das für heute. Wir danken fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Und deine weisen Worte mir spenden und euch. Ihr könnt es gerne in den Kommentaren oder in den Videos hinterlassen. Ihr könnt es uns auf allen sozialen Medien erreichen. Ihr könnt es natürlich im Spiel in Wien antreffen. Ihr könnt es vor allem morgen sehen, wenn wir die blauen Karten machen. Bis dahin. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Und ciao. Auf Wiedersehen, würdige. Willkommen, würdige. What a flavor. Danke fürs Zuschauen. Och. Ich bin auf base. chemotherapy. Hö tucked zurück. Ew � discut Schweithaussch�at. Thing.